Das klappt ja wie am Schnürchen. Einsteigen. Jetzt wurde ich bemerkt. Ich fahre dann mal, aber... Wäre ich nicht auf dem Auto? Nein. Da geht's. Nicht sagen, dass ich dir nichts gegeben habe. Ah, du hast eine Moralprobleme, okay. Aber kein Warten. 40 Minuten noch. Ah, wir nehmen den Wagen. Oh, komm. Unterwegs sind es um uns neun. Ah, genau. Da können wir auch direkt... den... Da können wir auch direkt den Infektionsherd... ...beseitigen. Also, äh... Was machen wir hier genau? Einfach nur Gärschen-Business. Ich habe gedacht, B**** und Ninn, könnte ich dir besser fühlen. Okay. Okay. Jetzt werden wir ein paar Zombeer, das alte Wagen. So? Looks like trouble up ahead there. Mix it off! I don't know. The wine's going to help me. Oh, yeah, my god. You really kicked some ass back there. Thank you. Let's go. I got this. Don't worry. Ah, it's fixed from Salis down here. He's already in the head. Two of them can't shoot through the door. He glitched when they went through the door. Or? Oh, yeah. That's fine. Mm-hmm. Wait! Fucking stop! The area is secure. Confirmed. We're set free. That's so good. Yeah, the music can we go down again? I hope there won't come anymore. I'm bringing this stuff home. We'll see you soon. Why can't you actually not say here? Here, take it with me. I have to say here, eh, let's go out of here. There's a wagon there behind us. I'll run this home. Watch that. We'll be waiting. We'll be waiting. I think we'll be waiting for 50, to go back again. Take one. It's actually not so hard. It's behind the door. Let the door open. Pfff. What can't you? Look, we're all scared. None of us knows it's gonna happen next. But we've gotta have each other's backs. Together we can survive this shit. On our own, we're done for. Yeah. I guess so. Good. That's all I wanted to say. How's it going? I'm almost there. There you go. Don't say I never gave you anything. My hero. Thanks for the pep talk. Sorry. It helped. Thanks. Sorry. I haven't even heard of the surprise. It's called a crisis. Ah, I need a hospital. You can't. I'm getting a hospital. No, no, no. You can't. I will have to sleep quickly now. I will not sleep now. No, no. Ist das? Okay, wieder am Back. Ich denke, unsere Defensoren sind okay, aber ich bin nicht sicher, dass ich ihn zu testen möchte. Wir müssen noch ein paar Outposts setzen. Ja, ja, mehr zum Kosten. Ah, da sind wieder zwei, die irgendwelche Probleme haben. Ja, ich muss mal auf jeden Fall was mitnehmen. Eins, zwei. Und... So, Munition. I know you have a lot to do. But time is running short on some of this. Do what you can. Gut, da sind wir gesorgt. Der ist einfach nur schruttreich. Oh, das ist ein Quart. Was haben wir denn noch auf der Garte? So, wir haben die Infektionsherde. Ach, der hinten ist da. Versuchen wir uns am Infektionsherde. Wir gucken, dass wir uns nochmal nachher helfen. Wir kochen sie. Wir kochen sie. Wir kochen sie. Hm. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich muss gerade sagen, ob das jetzt? Gar keine Tür mehr. Ja, aber noch. Ich muss erst mal ein bisschen grün haben. Hauptsache der Kopfraumdeckel ist noch dran. Jetzt nehme ich den Energie mit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Was ist das für ein Zombie-Infektion? Oh, ein Kreischer. Oh, ein Kreischer. Zu gutig. Sei zu gutig zu mir. Gehen wir schon wieder gut an. Genau. Ok, wir müssen was suchen. Ist klar. Ok. Ist so... Drückst dann auf die Map und ganz woanders. Muss sehen. Dafür ist es meistens auch oft genau da. Das Spiel will es einfach nur einfach halten. Ja, wo du besuchen musst. Ja, ich weiß. Wir brauchen eine andere Basis, damit wir dann ein bisschen mehr für uns tun können. Oh, wie gut. Heads up. Coming in hot. There you go. Don't say I never gave you anything. Sweet. So. So, wenn alles. Das tun wir mal weg. Das tun wir mal weg. So. Steck rein. Wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Ach ja. Ups. Das war jetzt gleich links abbiegen. Ich will mich warten. Hinten oben fehlt. Ich will mich warten. Ich will mich nicht. Ich will mich. I will nicht. Das war jetzt. Okay. Oh, wir sind ein Stück näher. Doch, du auch. Wie waren wir da schon? Eben zumindest. Oder nicht? Jetzt kommt schon irgendwo ein Freak. Und zwei in Kottas. Da hinten. Ich muss hier irgendwie aufs Feld von links. Da könnte mal eine Lücke im Zaun sein. Ach. Einen Ticken später, bitte. Nee, ich nicht. Wenn wir uns den kürzesten Weg. Das ist der hier. Ja. 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 Ich tue halt sehr leise und das ist das schön. Krieg ich euch? Bewege ich den Ding schneller. Tschüss Bob. Ich muss mich bis dahinten schleichen. Dahinten ist ein Tobsichtiger. Wie geht es los? Wie geht es los? Wie geht es los? Komm schon. Gründerer. So schön. Vorher haben wir noch zwei Freunde. Dass wir endlich wieder umziehen können. Ich habe jetzt leider nicht so das Glück wie bevor. Okay, hier ist nichts. Wollen wir es noch weiter machen? Zeig dir mich genau da an wo ich ihn eigentlich hin wollte. So. Jetzt gibt es etwas in den Blick hier. Äh, nein. Heute nicht. Ein anderes Mal. Wir gehen. Wir nehmen den Weg. So. Ist wieder einfach kein Nieses raus hier. Als ich hin. Links kräftet ein. Das war's für heute. Ich liebe diesen Klick. Der ist Gold wert. Die hier war es auch nicht. Dann fahren wir auch in das restliche Stück. Alle guten Dinge sind drei. Das war's gut. Nicht mit mir. Ich fühlte jetzt hier angedackelt kommen. Kommt doch. Das war's gut. Und auf den Bein. Das war's gut. 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 Wenn ich nicht so weit trainiert wäre, dass sie so gut ist, wäre ich dann nicht so in den Nahkampf gegangen. Das war's gut. Das war's gut. Ich komme nach Hause. Schade, dass ich nicht die Aufgabe war, 50 im Nahkampf zu erledigen oder so. Das würde ich deutlich schneller hinbekommen. Also einen Nahkampf muss ich ja, aber ich soll die halt schleichend. Da ist das Problem. Ach, das passt. Wir sind ja schon fast wieder zu Hause. Das war's gut. Das war's gut. Das war's gut. Ja, ich bin schon dabei. Ich lief die Verbinder. Und wieder. Zack. 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 Wunderbar. Zack. 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 Das fühlt jetzt gar nicht so schlecht aus für uns. Oh, es ist ein Handy. Nein, nein. Nein, nein. Nichts, nein. Ja. Just seems like we can't catch a break. Seems like things have made you especially hard. Okay. Now we're gonna kill some zombies, the old dashi. No, no, excuse me for not being Team Chile. Don't let it get up! No! 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 Way too close that time. So. Alright. Watch the right. I don't know. Maybe. We'll follow you. I got this. Don't worry. I got this. Don't worry. I got this. I got this. I think we're done. I think we're done. You're good. I think we're done. I know things look pretty weak. But just try and remember. Everybody's here for me. Turn off. I trust you. I trust you. Yeah. No, no, no. Why don't they do this? Look, I'll think about what you said. Okay? I'm glad. No. I need an escort. They're in a top spot. Can you give them an escort? Okay. Okay. At this point, let's see a point. I'm just going to end up with you. Okay.